Mit der smarten Anwaltsakte von Wolters Klüber können Sie nicht nur Ihre Handakten für die weitere Bearbeitung und Strukturierung der Dokumente zusammenstellen, sondern aus der smarten Anwaltsakte heraus auch unmittelbar Recherchen in Online-Datenbanken anstoßen. Hierzu lassen sich Dokumente automatisiert auf Fundstellen analysieren. Die Fundstellen werden markiert und mit entsprechenden Hyperlinks für die Recherche versehen. Sie können beim Scrollen durch das Dokument gesichtet werden oder in einer automatisch generierten Lesezeichenliste dargestellt werden. Ein einfacher Klick auf die jeweilige Fundstelle bringt einen zur entsprechenden Seite des Dokuments. Dort lässt sich mit einem weiteren Klick auf die Fundstelle die Recherche in den juristischen Datenbanken starten, deren Zugangsdaten hinterlegt sind. Wie gewohnt arbeitet man mit der Trefferliste und recherchiert sich bis auf Dokumentenebene durch. Hat man ein passendes Dokument gefunden, das in die smarte Anwaltsakte übernommen werden soll, reicht ein Klick auf die Schaltfläche herunterladen und man kann das Dokument zum Beispiel als strukturiertes PDF Dokument mit einem Klick in die Akte aufnehmen. Das Dokument ist der smarten Anwaltsakte hinzugefügt worden und steht damit auch gleichzeitig sofort in der Anotex digitalen Akte zur Verfügung. Die Recherche kann, muss aber nicht aus Dokumenten heraus erfolgen. Genauso gut kann man in das Recherchefenster wechseln und wie von der Online-Plattform gewohnt manuell Suchbegriffe eingeben. Zunächst werden die Werke gelistet, die bereits im eigenen Portfolio vorhanden sind. Zusätzlich lassen sich allerdings auch diese Werke auflisten, die noch nicht erworben worden sind und es besteht die Möglichkeit, unmittelbar aus dieser Oberfläche heraus ein weiteres Werk zu abonnieren, um dessen Dokumente wiederum der smarten Anwaltsakte zuzuführen. Hierbei lassen sich wie gewohnt natürlich die vorhandenen Filterfunktionen nutzen. Ein Klick auf den entsprechenden Link bringt einen in den Shop. Erwirbt man die Online-Version eines Werkes, steht dieses sofort in digitaler Form zur Verfügung und kann für die weitere Aktenrecherche benutzt werden. Neben Woltersgrüber Online lassen sich natürlich auch andere Rechtsdatenbanken integrieren, hier im Beispiel Beck Online. Stehen mehrere Datenbanken zur Verfügung, wird durch die Recherche aus einem Dokument heraus auf Knopfdruck in allen verfügbaren Datenbanken recherchiert. Da die Web-Frontends der jeweiligen Datenbank eingeblendet werden, lassen sich neben der Recherche aus Dokumenten heraus natürlich auch ganz normale Suchvorgänge über das Webinterface der jeweiligen Datenbank durchführen. Rechercheergebnisse werden auch hier auf Knopfdruck als Dokument der smarten Anwaltsakte und somit der anodex-digitalen Akte zugeführt. Die Anbindung an die verfügbaren Online-Datenbanken erfolgt durch einfaches Hinterlegen der jeweiligen Zugangsdaten. Sämtliche Rechercheergebnisse, die der smarten Anwaltsakte zugeführt wurden, stehen selbstverständlich auch innerhalb der anodex-digitalen Akte zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 wir sehen uns beim nächsten Mal Doka qui Hier Somit